hey leute willkommen zu einem weiteren video hier auf meinem kanal und zwar heute mit der legendary yugi stack edition mit viermal clash of rebellions und ja wir fangen auch direkt an und wir öffnen auch zuerst clash of rebellions so ähm künstlerkumpel scheiße ne ah hier äh ne rare nur der ist tun cyberdrache ist ja aber auch nicht schlimm wir gehen über zum nächsten booster und wir haben da nur ein super hybrid samurai oder aber zumindest super ich beschwärm mich nicht und wir gehen über zum nächsten booster und hoffentlich ziehen wir auch was gutes aber das sieht glaube ich nicht so danach aus nee wieder nur rare ups die kamera letztes booster hoffentlich ziehen wir was gutes ja kosten gut hexe zumindest etwas ne ja und ja die packe ich jetzt auch mal kurz zur seite denn wir brauchen ja platz für das wahre spektakel ja jetzt muss ich das irgendwie aufbekommen das ding hier ist einfach mega episch denn erst mal kommt hier richtig geile karten wie ihr hier schon seht egal machen wir das ganze ding jetzt auch mal auf geil so was machen wir als erstes auf ich würde mal sagen wir machen hier das deck vom yugis großvater auf und ich habe ja auch meine wunderschönen jetzt lief es moment moment und nehme ich denn ich nehme einfach hier diese hier ja machen wir das jetzt auch mal auf ganz vorsichtig ja was haben wir denn hier erst mal exodia was schon mal richtig episch ist seht euch das an dann haben wir hier unter anderem den schwarz nette soldaten der schwarze nette soldaten gesandt erst anfang dunkler mage dunkles mage mädchen geier zorniger ritter er bei gerufen der totenkopf fluch des drachen katapult schildkröte keltischer wächter geflügelter drache festungswächter wilder kobold bieber krieger bestes monster also as nice haben wir hier griffor das erste mal dass er im tcg ist mystische elfe steinsoldat mammut friedhof kuribo wiedergeburt band verräterische schwerte mystische box gehirnkontrolle monster rettung zauberbrechen auf heilen übrigens eine super karte horn des einhorns mystischer mond brennendes land vervielfachen detonieren maiko der magische nebel polymerisation glanz ritual spiegelkraft jagen schüte auge der wahrheit verlagerung und dachmeister gaia ja richtig cooles deck an sich weil es richtig old school und so school mit k und so so liefen wir hier exodia auch mal ein so ein mächtiges monster hat es verdient eingesleeved zu werden jedoch hoffe ich dass kein verrückter kommt und das ding ins meer schmeißt so liefen wir es jetzt auch mal ein damit wir schnell über zum nächsten kommen können so tut mir leid exodia deine pracht können wir später uns weiter ansehen aber erstmal gehen wir über zum hier battle city deck ist das glaube ich ja ja battle city battle city sagte ich und so waltürion magnet krieger dunkler magier von arcana der sieht richtig geil oh dunkles magier mädchen sieht auch richtig nice aus weg mit ihr fussel verräterische schwerter und spiegelkraft richtig geile karten und hier haben wir als comments buster blader gilfer ritter des boom ritter des königs äh ritter des königin ritter der königin ritter des königs berfomet gazelle alpha beta gamma gartner pogibo wiedergeburt dunkler magischer vorhang tausendmesser magische vorbild magieartige dimension fusion wieder bild wellen bewegungs fusion ja fusion die men wellen bewegungs diffusion und so doppel zauber ektoplasma seelnehmer topf der gier kartenzerstörung austausch monster rettung polymerisation diffusion vier vierfachen magische hüte magische zylinder faszinierender kreis lichtschwert lichtschwert kettenzerstörung seelenleine tragödie und äh chimera ähm das fliegende sagen ungeheuer ja ist auch wieder ein richtig geiles deck sleeven wir hier auch mal die hier ein so der dunkle der arcana magier verräterische schwerter das dunkle magier mädchen valkyrion und spiegelkraft und ich sehe mir gehen die höhen aus dann äh entschuldige ich mich mal kurz äh äh hier so einfach oh Mist hieß so gehen wir über zum nächsten deck und zwar mit dem magier des schwarzen chaos ich weiß grad nicht ich weiß grad nicht ist das jetzt das gadget deck von yugi ich glaub schon ja müsste so weg und so der magier des schwarzen chaos dunkle magier des chaos schweigender schweigsame magier level 8 dunkler magier gold sarkophag so dann kommen wir über gandora drache der zerstörung schweigsamer magier level 4 schweigsamer schwertkämpfer level 7 schweigsamer schwertkämpfer level 5 schweigsamer schwertkämpfer level 3 dunkles magier mädchen buster blader der trickreiche ritter des boom ritter der königin ritter des königs grüner roter und gelber apparat erfahrene dunkle magier erfahrene weiße magier block man marshmallow kuribo wiedergeburt verrägte schwerter karten heiligkeit polymerisation angefangen dunkle magie vereinigte magier engagement durch licht und finsternis schwarzes schwarzes magische ritual trickreicher zauber 4 kein an was sie kann ich lese die später durch wappen des drachen zerstörung marshmallow brille spiegelkraft kreis der magier zerbrochener axt stronghold immobile festung wundersame heilung und der dunkle paladin richtig geil wieder das deck so sleeven wir hier die auch nochmal ein so das waren die drei decks die man bekommt aber das ist natürlich nicht alles denn wir bekommen auch gleich nochmal die promos zu sehen dunkle magier oh gott sarkophag und ich sehe ich brauche wieder mehr hüllen moment verdammte hüllen jetzt sind die alle nicht in einer farbe meh so kommen wir über zu diesem promo pack und mal sehen was wir drin haben kein schein ach egal ich weiß ja was drin ist so öffnen wir es so öffnen wir es mein gott ähm so erstmal elektromagnetische kröte richtig geil die karte dunkle erneuerung auch richtig geil dunkle illusion kenne ich gar nicht das ist bestimmt auch mega geil Reise ins königreich königreicher duo landen und die gloria aus königs rechter hand die zeige ich noch nicht das sind die drei karten die yugi brauchte um ins königreicher duo landen zu kommen richtig geil und jetzt kommen wir zu den wahren schlugstücken slifer der himmelsdrache obelisk der peiniger und der geflügelte drache des rar und eine spielmarke die drei götterkarten natürlich in ihrer unspielbaren version wie ihr hier seht richtig geil und ja ich hoffe es hat euch gefallen und wir sehen uns auch beim nächsten mal wieder auf wiedersehen tschau